Das heißt hier Felicitas Erlebnisszentrum, kurz gesagt Schule in der Scheune. Wir sind mal wieder, ich glaube am süßesten Ort der Lausitz, nämlich bei Felicitas in Hornow. Wie geht's? Ja, ganz gut. Wir hatten hier heute eine tolle Besichtigung von Umwelt- und Agrarminister Vogelsänger war hier zu Besuch. Wir sind inzwischen schon wieder nach Potsdam losgefahren, aber unsere Kooperationspartner sind noch da und sind begeistert, was wir hier gebaut haben im letzten Jahr. Das ist nämlich eine wunderbare Ergänzung, das ist Felicitas Erlebnisscheune, also Schule in der Scheune haben wir hier gebaut. Und ja, das ist sozusagen der Anfang von, ja hoffentlich viele, viele Jahre, tolle Begegnung von Schulklasse, aber auch Betriebe, die hier rund um Schokolade, Kakao und gesunde Ernährung sich informieren können, gemeinsam damit arbeiten können. Also hier wird gefeiert werden, aber wenn auch Workshops stattfinden und wir haben also mit diesen Kooperationspartnern und Leuten aus der Öffentlichkeit natürlich auch hier die erste Besichtigung gemacht. Ja, dann würde ich vorschlagen, wir gehen mal rein und schauen uns mal um. Gerne. Gut, ja gut, läuft noch ein bisschen Musik schon. Was ist das jetzt hier für ein Raum insgesamt? Das heißt hier Felicitas Erlebnisszentrum, kurz gesagt Schule in der Scheune. Hier werden zukünftig Schulklassen, aber auch andere Gruppen, wer sich interessiert in Landleben und gesunde Ernährung, bei der Schokolade oder neben der Schokolade. Also hier der Raum ist sehr vielseitig benutzbar oder einsetzbar, aber hier nebenan sehen Sie um die Ecke unsere große Mitmachküche. Und da können wir dann also mit ungefähr 20, 25 Kindern oder auch Erwachsene gemeinsam kochen mit Kräuter, Gemüse, Obst, also alles was gesund ist. Und jetzt neben der Schokolade wollen wir hier gemeinsam kreativ sein und dann auch gemeinsam aufessen natürlich nach der Schokolade. Wir sehen auf jeden Fall, es ist so, es ähnelt dem Stil von eurem Kaffee auch so ein bisschen. Habt ihr hier auf irgendwas Besonderes geachtet bei der Innenausstattung? Das ist so ein Landstil, den wir selber mögen, also sehr bodenständig, sehr robust und zeitlos. Wir haben das einfach hier weitergeführt. Ja, es ist ja, wie es früher ausgesehen hat, es war wirklich ein alten LPG-Stall, also der Jungrinderstall, ganz anders. Aber diesen Scheunen oder Stallcharakter wollten wir doch so ein bisschen wieder so diese Lehmwände und dann auch so den alten oder altnachgebauten Ofen, dass es dann auch gemütlich ist im Winter, das haben wir dazu gebaut. Und vor allem diese Tische, die sind gebaut worden aus einer Esche, die aus unserem eigenen Wald kommt. Und zwölf solche Tische, die auf Rädern stehen, die kann man dann so je nach Bedarf dahin fahren, wo man möchte. Und ja, es ist was Besonderes, hat nicht jeder. Wie viele Plätze habt ihr insgesamt, kann man das so sagen? Insgesamt bis zu 120. Halleluja! Das ist dann sehr sportlich, da müssen wir natürlich in verschiedene Gruppen einteilen. Aber wenn wir sagen, okay, so ein Fachvortrag von einer Heilpädagogin oder Gesundheitsberaterin, die Technik ist alle da. Ich denke, wenn wir die Stühle und so einordnen, das sind auf jeden Fall 120 Stühle, haben wir da. Die haben wir jetzt nicht zu sehen, weil die sind im großen Stuhllager. Also deswegen auch hier sehr viel Platz zu schaffen, wenn dann doch mal ein Tanz stattfindet oder so. Also man kann alle möglichen Dinge. Oder zum Beispiel im Winter, wenn die Schulklassen im Winter kommen, Spiele Nachmittage organisieren oder große gemeinsame Kindergeburtstage. Also wir haben ja sehr, also das ist ja, die Fantasie ist ja sehr endlos. Ich bin froh, dass es diese Erfolgsstory in der Niederlausitz gibt. Es geht nicht immer nur um die 73 Arbeitsplätze. Es geht darum, ein Zeichen zu setzen. Zwei wunderbare Menschen haben das aufgebaut. Seit 1992 aus einer LPG-Küche ist diese Story geworden und die ist noch nicht zu Ende geschrieben. Und deshalb sind auch viele, viele Menschen hier eingeladen herzukommen, sich ein Bild vor Ort zu machen, wie die Praline, wie die Schokolade entsteht. Und ich freue mich hier zu sein. So, wir sind nochmal zwei Schritte weitergegangen. Das ist jetzt der Küchenbereich, ja? Ja, das ist die große Mitmachküche. Immer so 20, 25 Kinder und Erwachsenen passen hier so um diese Küchentische rum. Und Herd ist in doppelter Version da, sodass wir da eigentlich auch Platz haben für viele Menschen. Klein und groß. Das ist wirklich das Ziel. Wir haben auch gemerkt, dass es also nicht nur von der Schulklasse solche Nachfragen gibt, aber auch Betriebe suchen auch immer nach tollen Events, die wir als Teambildung und wir machen das ja schon ein paar Jahre mit der Schokolade dort. Wenn man das aber ergänzen kann und die Zeit verlängern kann von Schokolade und danach mit Gemüse und gemeinsam ein Gemüse Soljanka oder ein Dinkel Gemüse Pizza machen zum Beispiel, kann aus allem immer was machen. So, seid ihr insgesamt dann, wenn ihr die Scheune dann eröffnet, fertig mit eurer Ideenwelt hier für das ganze Gelände oder kommt noch was? Das ist eigentlich so ein bisschen das Lebenswerk, was so abgerundet ist, was wir so lieben, leben auf dem Land. Wow, jetzt haben wir so eine Scheune, wo wir die Leute was zeigen können rund um die Natur und was wir so und dann, was wir lieben, weitergeben. Wir wollen ja nun nicht ein riesen Erlebnishof werden. Es soll übersichtlich bleiben, weil wir sind doch eigentlich am Dorfende und das ist auch nicht immer einfach für die Leute, die hier im Dorf leben. Es gibt auch manchmal besonders am Wochenende sehr viel Betrieb und ich denke, das reicht absolut. Nur was uns betrifft, wir haben das schön gestaltet, dass andere hier ihre Projekte ausleben können, dass viele von unseren Kunden das hier echt absolut noch mehr genießen können und noch mehr Platz haben und mehr Zeit verbringen, dass sich die Anfahrt und das Erlebnis immer mehr lohnt. Wir wollen bloß aufpassen, dass wir auch gesund bleiben können, aber andererseits denke ich, jetzt geht es erstmal los. Nochmal ganz kurz, wann ist hier offizielle Eröffnung? Wann kann man hier wirklich auch mal als Besucher seinen Blick reinwerfen und dann auch mal mitmachen hier irgendwann? Am 2. August planen wir einen Tag der offenen Scheune. Dann ist jeder willkommen, kann man so einen Rundgang genießen und auch mal hier und da was Leckeres essen, was Leckeres trinken und dann sind alle herzlich willkommen. Aber erstmal machen wir eine geschlossene Runde mit unseren lieben Mitarbeitern, die uns so viele Jahre begleitet haben und wirklich mit Herz und Seele für Felicitas Arbeiten, machen wir in Stille nochmal eine heimliche Öffnung. Aber das ist eine geschlossene Veranstaltung für die Mitarbeiter. Ein absolut tolles Projekt. Ich kann das nur empfehlen, hier mal wirklich vorbeizuschauen. Das ist wirklich sensationell. Es lohnt sich. Man kann hier gut sich verwöhnen lassen und trotzdem ein bisschen in Natur erleben, auf dem Land erleben. Das ist wirklich rund um ein schönes Erlebnis am 2. August. Unbedingt vorbeikommen, Tag der offenen Scheune. Und euch erstmal weiterhin alles Gute und Gutes zu Ende gelingen. Dankeschön. Danke sehr. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank.